Dritter Versuch. Ja, vertreibe die Army und sorg dafür, dass dem Mond nichts passiert. Deine Hilfe wird noch gebraucht. Danke. Da ist der Hund. Und hier sind so viele Gegner. Da siehst du, da ist noch einer. Hm, tja, Freunde der Nacht. Habt ihr eine Idee? Ich habe noch keine. So, einen ausgeschaltet. Lassen wir den Hund mal Hund sein. Ich hoffe, dass den Toten da hinten vor der Hütte keiner so schnell findet. Und wenn doch, habe ich ein Problem. Jetzt hat er sich hier hinter dem Baum verschanzt mit seinem Kopf. So, den Hund haben wir auch erledigt. Hunde wollt ihr ewig leben. So, ich könnte ja durch seinen Kopf durchschießen und hoffen, dass ich den anderen Kopf mit treffe. Aber das ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Oh! So, dafür stehen die einfach nicht gut genug. Hm, wäre ein Versuch wert gewesen. Da ist noch einer. Scheiße. Auf die Munitionskisten schießen. So, er ist jetzt oben. Wo bist du? Na, der bastelt da unten irgendwas. Steht ihr zwar jetzt besser? Ja, ich glaube, ne? Ha! Beide! Wie geil! Das hat ja funktioniert! Ah! Manchmal liebe ich dieses Gewehr. Jetzt darf nur nichts mehr schief gehen. Jetzt darf nur nichts mehr schief gehen. Okay, jetzt sind die allerdings höher wie ich. Das gefällt mir persönlich gar nicht. Gehen wir mal hier hoch. Kann ich den jetzt sehen? Ne, leider nicht. Ah, jetzt geht der hoch. Das heißt, der wird jetzt gleich die Leichen da oben finden. Oder? Oh! Wo kam der denn her? Und ist da noch einer? Glaube nicht. Scheiße. Kommt der wieder zurück? Kommt der wieder zurück? Ich weiß es nicht. Was macht er da? Der kniet immer noch da rum. Also bis hierhin läuft es ja schon mal ganz gut. Aber der müsste jetzt hier wieder zurückkommen. Das wäre natürlich der Hammer. Dann bräuchte ich den da noch. Da, kommt er. Scheiße. Jetzt geht die an den Mörser, ne? Nee, 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 nee. Komm ich hier hoch? Ah, nein, natürlich nicht. Der hat mich noch nicht gesehen, oder? Ich gehe runter. Ah, jetzt geht der runter. So, der ist erledigt. Ah, jetzt ist da noch einer. Okay, wir müssen in Deckung. Wir müssen in Deckung. Die haben Alarm geschlagen. Der hat mit dem Mörser geschossen. Der kleine Penner. Was schießt denn die denn? So, der ist erledigt. Nachher ist... Oh! Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Ein Mondfeld brennend. Hört auf mit der Scheiße. Ah! Der Hund. Wo ist der Köter? Den haben wir erledigt. Nachladen. Eliminiere die Gegner. Beschütze die Mondfelder. Da hinten das Feld brennt. Oh nein! Hoffentlich kriege ich da den Generator jetzt noch schnell genug eingeschaltet. Da ist er. So, wir löschen dieses Feld. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, es hilft alles nix. Es hilft alles nix. Freunde. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Nicht los. Nicht darf geben. Boah. Nee, 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 nee. Kein Mensch verschwindet einfach. Ja, genau. Ja, fest dann. Er will sich verstecken. Jawohl. So wie sich das gehört. Den hatten wir auch. Die zwei hatten wir auch. Den haben wir auch. Tempo, ja. Wo seid ihr? So, wo sind jetzt hier noch welche? So, ob das noch mal an? Ich bin nur ungeziefer. Ja, ich glaube es hackt. Wenn hier einer ungeziefer ist, dann bist du das. Doch, ich kann hier ewig dranbleiben. Wo bist du? Oh. Wie schmeckt dir das, du Penner? Mann, 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 Mann. Noch drei Heilpäckchen haben wir. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo noch welche. Hatten hier mittlerweile schon Alarm geschlagen. So, der ist ausgeschaltet. Da drüben ist aber noch einer. Auch den will ich noch ausschalten. So, auch der Alarm ist deaktiviert. Wir brauchen Munition. Munition, Munition, Munition. Und jetzt müssen wir gucken, wo sind hier noch Gegner? Ja. Ja, lass los. So. Ah. Na, was ist jetzt los? Es hängt. Es hängt. Gescheitert. Alle Felder wurden zerstört. Was? Das ist doch nicht wahr. Ach, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, wie oft wollen wir diese Mission denn spielen? Ich habe die T-Fabrik erreicht. Klasse, AJ. Die Drogenfelder sind Kürats Zukunft. Wir brauchen sie. Und du musst sie für mich sichern. Hallo, recht herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Hier ist der Eisbox von Eisbox HD. Und wir versuchen immer noch, die Küratia T-Fabrik einzunehmen. Und ja, letzte Folge hat es ja nicht funktioniert. Und jetzt versuchen wir es ein zweites Mal. Und schauen mal, ob wir es diesmal besser geregelt kriegen. Und ja, ich bin gespannt. Und ihr dürft auch gespannt sein, wie das Ganze jetzt hier funktionieren wird. Ob wir es schaffen oder ob wir es nicht schaffen. Das sagt uns gleich das Licht. Da ist auch noch einer. Der ist erlegt. Hier unten müsste auch noch irgendwo ein Hund sein. Oh, da sind zwei. Okay. Aber wo ist der Rest? Wo ist jetzt Gott sei verdammt noch eins? Der Rest. Kann ich den Alarm eigentlich von hier aus deaktivieren? Mit einem gezielten Schuss? Man weiß es nicht. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ob es funktioniert. Hallo? Ein kleiner Hundi. Ja, mein Freund. Erledigt. Und ja, Alarm deaktivieren, hatte ich gesagt. Und Sprengeranlagen einschalten für die Mondfelder. Da muss ich gucken, wie das am besten funktioniert. So, wie machen wir denn jetzt hier die zwei? Die stehen doch jetzt wunderbar. Zack. Zack. Jawoll. Beide auf einmal. Mit einem Schuss. Mal. Mit einem Schuss. Komm ich da wieder hoch irgendwo? Ich meine nämlich, auf der anderen Seite wäre auch noch einer. So, Freunde. Wo komme ich hier wieder hoch? Komm ich hier wieder hoch? Ich muss da wieder hoch. Aha. Nein. Ich komme nicht wieder hoch. Überall kann der Mann klettern. Aber hier geht es nicht, oder was? Nee. Wisst ihr, das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Das verstehe ich nicht. Ja. Ah, der bleibt nicht stehen. Bleib doch mal stehen. Erledigt. Jetzt holen wir uns den am Flak, also am Geschütz. Oh nee, da sind zwei jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das Glück noch mal kriege. Ja. Haha. Wieder beide erlegt. Manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. So. Habe ich hier die Sprengler eigentlich angeschaltet für das Feld? Nein, noch nicht. Okay, dann machen wir das jetzt. Gehen wir gerade nach hier unten und schalten die Sprengler-Einlage ein. Das heißt, wir machen jetzt Krach. So. Wir haben sechs Mini-Packs. Die brauchen wir wahrscheinlich auch. Und den legen wir jetzt erstmal auf Seite. Den müssen wir erstmal auf Seite schaffen jetzt hier. Ah, hier. Munition. Bist du Munition? Nein, keine Munition. Okay. Okay. Wir schleichen uns langsam weiter. Weil wir den zweiten Alarm ja noch ausschalten wollen. Ich hoffe, dass mir das jetzt hier gelingt. Ah, nee. Los, los, los. Feuer frei. Noch ist der Alarm grün. Jetzt ist der Alarm ausgeschaltet. So, ich hoffe, das waren die einzigen beiden. Und nicht, dass da noch welche kommen. Zweites Sprenglerfeld eingeschaltet. So, wir müssen mal ein bisschen was in Sicherheit jetzt hier. Nachladen. Zack. Boah. Leute, hier fliegt mir alles um die Ohren. So, erledigt. Ah, hier müssen wir auch nachladen. Oh, ich kann jetzt hier keine Alarm auslöden. Oh, nein. Die haben den Generator zerstört, die Penner. Zack, hoch. Und jetzt gibt es hier aber größer als auf die Fresse. So, jetzt müssen wir die von hier oben fernhalten. Damit die nicht weiter die Felder anzünden. Ja, komm hoch. Nein, ich hab dich. Eliminiere die Gegner und beschütze die Milenfelder. Ach, cool. Aha. Wir stoßen jeden Moment zu euch. Formiere dich neu mit dem goldenen Pfad. So, von wo kommen sie? Unsere Gegners. Ja, da unten sind sie. Ja, da unten sind sie. Was, drei Leute? Seid bereit. Die Armee kommt aus dem Süden. Ja. Oh, komm. Warte, warte. So, lass die Penner nicht mit den Flammenwerfern hier ans Feld, Freunde. Ja, es riecht nach Ärger. Gebe ich zu. Freunde, es riecht nach Ärger. So, hier müssen wir den Generator einschalten. Jawohl. Wo sind die Gegner? Wo seid ihr? So, wieder ein erledigt. Entschuldigung, dass ich im Moment so wenig rede, aber es ist gerade sauspannend. Wir haben einiges zu tun hier und müssen gerade quasi die Royal Army davon abhalten, hier unsere Moonfelder, die wir uns gerade gesichert haben, wieder im Band zu setzen. So, du brennst auch, mein Freund. Hier, so geht's nicht. Sie kommen aus dem Osten. Jetzt kommen sie von Osten. Wo ist Osten? Ah, da. Ja, mit den Sprenglern. Könnte auch mal wieder Munition gebrauchen hier, Freunde. Ah, warte mal, oben an der, Fatma, die Hatma, oben an der Treppe war irgendwo, ähm, irgendwo war hier oben an der Treppe doch. So, so ein Ding. Ja, sag ich doch. So, und weiter geht's. Ah. So, kommt her. So. Sicher mal auch. Ah. Freunde der Nacht. Ein Mondfeld brennt, ja. Ich gebe mein Bestes. So, jetzt müssen wir hier drüben den Generator einschalten. Den haben wir zwar vorhin schon mal eingeschaltet, aber da müssen wir jetzt nochmal hin. Komm her, gescheitert. Alle Felder wurden zerschört. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn daran so schwer? Meine Fresse, nee. Ah.